Heute mache ich meiner Freundin einen Heiratsantrag. Laura ist jedenfalls weg. Absolute Romantik. Laura ist sehr eifersüchtig. Ich bin normal eifersüchtig, aber... Die Theater AG der Klasse 5B geht alles. Mein Gott, warum so viel Überraschung? Was? Wo sind denn die? Die Frage aller Fragen. Warum? Laura ist ziemlich schlau. Äh, nein. Willkommen zu Laura und der Wendler. Jetzt wird geheiratet. Nach der Wendler-Challenge, die Erfolgsgeschichte geht weiter. Die Wendler-Challenge, besser bekannt auch als, den Würgereiz nach oder während eines Wendler-Konzerts zu unterdrücken. Äh, aber was meinen die mit Erfolgsgeschichte im Zusammenhang mit dem Wendler? Wie viel Selbstwertgefühl musst du haben? Sorry. Denn jetzt wird geheiratet. Praktisch, Laura kann einfach nochmal ihr Kommunionskleid von vor 2 Jahren anziehen. Laura und der Wendler trennen... Oh, da fehlt ein sich. Trennen sich in 28 Jahren. Ganz nach dem Motto, bis dass der Tod euch scheidet. Wie auch immer. Amen. Michael! Für die eine, die große Liebe, geht der Wendler bis an die Schmerzgrenze. Sogar ein kleines bisschen darüber hinaus. Bei der Hochzeit selbst wird Laura wahrscheinlich schon über 20 sein. Echt jetzt? Jetzt muss Laura nur noch Ja sagen. Anderthalb Jahre sind Laura und Michael nun ein Paar. Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Die Suche nach dem nächsten Schritt. Oder wie es beim RTL heißt, Bachelor. Von Laura ist ja schon allein der erste Schritt ziemlich viel verlangt. Die Leute haben das jetzt endlich akzeptiert, weil am Anfang gab es immer die... Ich glaube, viele haben vielleicht auch versucht, uns auseinander zu bringen. Ich glaube, dass wirklich... Warum, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, viele haben vielleicht wirklich gedacht PR. Ja, also das haben sie sich vielleicht gedacht. Aber die gute Nacht ist, dass sie was ganz anderes gesagt haben. Mich hat jemand so genannt. Also ich bin ein Gönner. Leben und Leben lassen. Ja, wir haben sie nicht geschafft, uns auseinanderzubringen. Und ich glaube... Dass hier physikalische Kräfte im Spiel sind. Das eine Vakuum zieht das andere an. Deswegen haben wir uns ja auch entschlossen, auch mal die Medien so ein bisschen hinter die Fassade schauen zu lassen. Damit die Leute merken, wie wir beide ticken, dass wir uns lieben, dass es keine PR-Nummer ist. Einfach aus dem Wunsch heraus, dass man uns besser verstehen lernt. Dann schauen wir mal hinter die Fassade. Das ist ja noch schlimmer. Aber ja, sie geben einen Blick hinter die Fassade, damit man sieht, dass es keine PR-Nummer ist, sondern eine neue Masche, um mit TV-Verträgen an richtig viel Kohle zu kommen. Seine Zukunft sieht das prominente Paar in Amerika. Die Gegenwart müssen beide, Trump sei Dank, in Deutschland verbringen. Ja, heute bestimmt mit Laura, oder? Nur ganz kurz, sag mal, kann es sein, dass der Michael hier Europax trägt? Das wird aber dann auch immerhin das Einzige sein, was er irgendwo reinsteckt. Laura weiß halt einfach, wie man sich vor der Kamera bewegt und wie man auf die Wünsche der Leute so eingeht. Ganz vielleicht hat sie damit ja auch einfach ihr Geld verdient. Zur Zeit ist es tatsächlich so, dass die USA allen Europäern verboten hat einzureisen, die nicht permanent resident sind. Das ist ein Problem für Laura und deswegen kann sie nicht einreisen. Der Wendler ist noch in Deutschland? Lieber Angela Merkel! Also entweder haben wir jetzt hier den Beweis für die Aluhutträger, dass es den Coronavirus wirklich gibt. Sonst würden wir den Wendler doch wirklich keine Sekunde länger als nötig hier halten. Oder Corona ist eine Erfindung tatsächlich von Donald Trump, dass der Wendler nicht zurückkommt. Das ist grenzwertig für viele. Es ist eine Ehre. Es war schon ein Ritterschlag, wie ich immer sage, in dem Format mitwirken zu dürfen. Kein Mensch, wenn sie oder er jemals hier bei mir ein Anvideo vorkommt. Weil ich auch noch bei Let's Dance bin und hoffentlich auch noch ein bisschen länger. Genau, Laura! Ich bin halt fasziniert von dem Format. Es ist eine Ehre. Es war schon ein Ritterschlag, wie ich immer sage. Aber es stimmt natürlich, Let's Dance ist auf jeden Fall ein Ritterschlag. Lieber Michael, genauso wie das Dschungelcamp, das wirft man auch nicht so einfach hin. Ich bin ein Star! Holt mich hier raus! Und vor allem bietet Lauras Let's Dance Michael viel Zeit für die Verwirklichung seines großen Plans. Ich möchte meine Laura heiraten und endlich Nägel mit Köpfen machen. Jetzt habe ich für eine Sekunde nicht aufgepasst. Was hat er gesagt? Ich möchte meine Laura köpfen. Aha! Ich musste Michael hier jetzt mal leider kurz in Schutz nehmen. Ja, Nägel mit Köpfen im Unterschied zu Nageln ohne Köpfchen. Ja, ich bin Markus Krampe, Manager von Michael Wendler. Ich gucke natürlich immer, dass ich die Kosten im Griff habe. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da jetzt für Ideen kommen. Der Wendler hat seine Finanzskills übrigens auch da gelernt, wo er sein Deutsch gelernt hat. Im Kölner Pascha. Michael Wendler denkt immer groß. Das finde ich auch gut. Deswegen ist er auch da, wo er jetzt ist. Oh, wow! Irgendwie musste ich dann mal ganz tief in mich gehen, weil Laura ist natürlich auch ein besonderer Mensch, die auch ihre Vorstellungen hat, wie so ein Antrag aussehen könnte. Das letzte Mal, dass jemand so tief in was reingegangen ist, wie der Wendler jetzt gerade in sich. Das war bei Promis und der Paaren als Matthias Manchapan vor lauter Schleimen in die Serie nix hintergekrochen ist. Der perfekte Antrag ist für mich eigentlich nur, dass man das Gefühl hat, der Mann hat sich damit beschäftigt. Wenn ich den machen müsste, wäre ich auch nervös. Zuerst wollte er die Stadt mit Plakaten pflastern. Zählt nicht. Darauf folgte der Plan mit dem Speedboat auf dem Rhein. Aber der Wind wollte anders als der verliebte Schlagerstar. Das Laura Müller recht machen zu wollen, ist so, wie sich darum zu streiten, wer die Hundescheiße aufsammeln darf. Laura übt natürlich schon mal für den großen Moment. Ich will dich lieben und ehren, bis dass die Kreditkartensperrung uns scheidet. Bei Laura weiß man nie so genau. Sie ist wirklich ein sehr impulsiver Mensch und da kann alles Mögliche passieren. Wenn sie einen schlechten Tag hat, kann sie vielleicht auch Nein sagen. Also, oder nicht jetzt. Oder sie geht. Also alles ist möglich. Sie ist ja inzwischen auch schon stolze 19. Oder wie der Wendler sagen würde, Milf. Wenn wir so durch die Straßen schlendern, würde ich dann sagen, guck mal, der fliegt aber tief. Und dann sieht man so ein Flugzeug mit einem riesengroßen Banner hinten dran, wo draufsteht, Laura, willst du mich heiraten? Also, grundsätzlich nicht schlecht, aber leider nicht bezahlbar. Er würde so weit unten fliegen, dass ausgerechnet der Manager vom Wendler Angst hat. Laura denkt, das ist ein Bilderrätsel und so ruft ganz laut, oh, Bibi, deine Karriere? Da hast du da zigtausend Leute vor der Biene in der Scheißstimmung und die Party ist zu Ende. Einer ist am Heulen und was weiß ich. Entschuldigung, aber können wir jetzt bitte wieder aufhören, über Wendlers Auftritte zu sprechen. Es geht hier immerhin um den Antrag. Und zwar würde ich tausend Rosen kaufen oder zumindest alle Rosen, die ich kriegen kann, Kerzen, vielleicht sogar mit einem RTL-Kamerateam, dann den Antrag machen. Da ich weiß, dass sie natürlich sich nichts Sehnlicheres wünscht, als von mir einen Heiratsantrag zu bekommen, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich ihr damit eine große Freude schaffe. Sie wünscht sich nichts Sehnlicher als einen Heiratsantrag und natürlich Instagram-Follower. Apropos, meinen Instagram-Account verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Na, wenn dieser Antrag wirklich ihr größter Wunsch ist, dann kann der Wendler gar nicht so pleite sein, wie er immer vorgibt. Es ist ja leider immer so, dass wir immer an die Presse und die Medien denken müssen, weil dieser Heiratsantrag wird ja leider nicht geheim bleiben. Von Anfang an sind wir Medienthema und mussten eigentlich durch die Hölle. Sogar mein Vater ist aus dem Busch gesprungen und hat gesagt, das wäre alles nur PR. Das Doofe am Wendler ist, man kann doch nicht mal sagen, dass er sich sein Hirn in seine Muckis gepumpt hat. Stark sein, uns konnte wirklich die grausamste Vermehlung seit Game of Thrones bevorstehen. Für den 47-Jährigen ist es der zweite Anlauf zum großen Glück. Für Laura die Premiere. Michael ist ja nun schon ein bisschen älter als ich, hat natürlich schon mehr erfahren oder erlebt als ich. Also ich bin auch vielleicht auch nicht immer ganz einfach, aber... Laura ist sehr eifersüchtig. Nicht sehr eifersüchtig, ich bin normal eifersüchtig, aber... Okay. Nein, aber was vor mir war, ich kann das noch nicht verurteilen. Ist auch klar, der Wendler verliebt sich immerhin schneller als ein durchschnittlicher Parship-Single. Es gibt tatsächlich so ein paar Gerüchte, dass der Wendler einen hohen Verschleiß an Partnern haben soll. Aber keine Sorge, dann gibt es ja wieder uns YouTuber, die den Schnitt ordentlich runterziehen. Ich glaube an Schicksal. Ich auch. Und deswegen kann ich nur sagen, was vor mir war, war vor mir. Aber ich bin dankbar, dass ich mit diesem Mann in die Zukunft gehe. Und darauf freue ich mich. Genauso wie auf ihr Pinocchio-ASBM-Lieblings-Italiener nach den Dino-Chicken-Nuggets. Leute, es wird gleich ernst. Also es ist einfach eine Entscheidung aus Liebe. Warum soll ich denn fünf Jahre warten oder zehn oder fünfzehn? Soll ich mir ein paar Rote Rosen zählen? Ich habe gar nicht so viele heute da. Fünf Jahre warten? Bei der Aura würde das Ad Yucle Resil heißen. Und beim Wendler Hallo Rente. Oft steht die Frage im Raum, hast du dich vielleicht zu schnell auf sie eingelassen? Nein, wir können dich beruhigen. Beim Bachelor warten die ja noch nicht mal auf die zweite Werbepause. Ja. Ich nehme an, sie bestehen auch auf Rotrosen. Habe ich hier eine wunderschöne... Ach, die kenne ich ja. Sind das Baccar? Nee, Baccarat gibt es gar nicht mehr als Sorte. Diese Sorte nennt sich Grand Prix. Schlechte Musik, Erfolglosigkeit. Germany, you received zero points. Das muss ein Zeichen sein. Die nimmt er natürlich. Wie war das eigentlich bei seiner Ex-Frau? Die waren bis zuletzt auch noch verheiratet. Der Antrag, den ich meiner Ex-Frau gemacht habe, der war bei uns im Wohnzimmer. Aber was wirklich sehr romantisch ist, Wendlers Tochter Adi ist direkt in der Nacht des Antrages entstanden. Meine Schwiegermutter saß noch auf der Couch daneben und das kam dann ganz spontan. Ich bin total nervös, denn heute mache ich meiner Freundin einen Heiratsantrag. Was ist jetzt wohl bei ihm los? Wir haben Gehirn, es ist Liebe und Luft. Stimmt, neben gähnender Leere natürlich. In der Zwischenzeit will Micha eine Hotelsuite in einen Traum aus roten Rosen verwandeln. Es soll aussehen, als hätte Amor selbst dekoriert. Moment, wir sind hier beim RTL, hier dekoriert nur... Amorsassistentin. Hoffentlich wird das was. Laura konnte beim Wendler landen. Nicht ansonsten nennt man ihn auch Notlandebahn. Ich bin schon ein bisschen nervös, die richtigen Worte zu wählen. Geht man auf die Knie, wenn man den Ring dann übergibt? Mit den letzten Worten, willst du mich heiraten? Oder sagt man, möchtest du meine Frau werden? Also das ist ja auch die Frage, ne? Oder bleibt man die ganze Zeit stehen und geht dann erst zum Finale runter? Tja, aber fragt das bitte lieber nicht Mischa von Love Island. Der würde natürlich weder zuvor noch beim Finale stehen. Alle lieben jetzt irgendwie den Wendler, wobei niemand so sehr, wie er sich selbst liebt. Ich wollte schon mal den ersten Schwung Rosen abholen. Ach, hier sind sie ja schon, mega. Kann die direkt losgehen? Ja, wie machen wir das am besten? Boah, die haben aber Gewicht. Willkommen auch zu Wie wird man anlappen? Das Pro-Seminar. Wenn er sich auf dem Rücken trägt, gleicht die Nase das natürlich aus, kenn ich. Moment, der Wendler darf all diese Rosen hier vergeben und nicht nur maximal 20. Sorry. Zeitgleich am anderen Ende der Stadt, Laura schwitzt mit Tanzpartner Christian und ahnt von nichts. Jetzt mal gucken, wie ich die Dinger da so durchbekomme. Sorry, aber diesen Satz kann ich nur von Sophia Wollersheim ernst nehmen. Sein Puls ist so hoch, er bittet erstmal um Hilfe beim Produktionsteam. Micha, da kommt jetzt aber maximal ein Krankenpfleger und kein Therapeut. Es folgt der erste Spannungsmoment dieses Tages. Scheitert der Antrag bereits hier an der Autotür? Zehn Ballons und der Wendler. Und alle sind oben voller Luft. So. Ja, das sieht doch gut aus. Vor allen Dingen hat das Hotel schon mal so, wie ich das wollte nach meinen Wünschen, schon mal die Accessoires nach oben gebracht. Jetzt gleich alles so ein bisschen an die richtige Stelle stellen und dann wird das was. Wendlers Beauty-Doc sieht das anders. So muss die Hölle aussehen. Ich befürchte, es wird so sein wie immer. Egal ob Corona oder nicht, keiner wird applaudieren. Man googelt natürlich auch, was so andere Frauen für Anträge bekommen haben. Ich glaube, es ist ein Mädchentraum. Das ist so das i-Tüpfelchen und die Krönung einer Liebe. Mehr geht nicht. Eine Frage, was hat Wendlers Nervosität mit Laura's Alter zu tun? Na, na? Meine Nervosität ist gerade bei elf. So näher der Antrag rückt, desto nervöser bin ich natürlich. Und was mir besondere Freude macht, muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, Laura ahnt von nichts. Ja? Und die ist ziemlich schlau. Äh, nein! Laura ist, glaube ich, genauso schlau wie Bachelor Sebastian tierlieb ist. Wir erinnern uns, was er mit so einem Schwanenhals alles macht. Ich werde auch wieder alles gerade biegen. Natürlich ahnt sie von nichts. Sie hat ja nur einen Vertrag für eine Doku rund um eine Hochzeit unterschrieben. Das ist der Plan. Ein Geschäftstermin im Hotel. Ob Laura das glaubt? Und wenn sie nein sagt, es wäre ein gefundenes Fressen für die Presse, der Wendler kriegt einen Korb. Geschäftstermine in Hinterzimmern von Hotels, das kennt sie natürlich noch von früher. Gibt's irgendwas, was Laura niemals in Bezug auf Wendlers gefärbte Haare sagen würde? Es sieht sehr gut aus. Das Ganze soll jetzt nicht auffliegen und soll ja definitiv bis heute Abend geheim bleiben. Deswegen muss ich jetzt schnell wieder zurück Laura von der Tanzschule abholen, ihr damit suggerieren, ich war nur ganz kurz mal weg. Und jetzt ist er da. Der Moment der Wahrheit. Sorry ganz kurz, aber muss jemand von euch auch mal bei Wendlers dunklem Kajalstrich an Veras schwarze Seele denken? Dann hier bitte mal abstimmen. Und wir sind hautnah dabei. Alle Ecken in der Suite sind mit Kameras ausgestattet. Laura hat einen Testimonie-Partner. Ich fange einfach mal an. Und dieser Testimonie-Partner ist heute hier. Ich bin also ein Mensch, der wirklich immer positiv denkt. Es liegt daran, dass ich auch schon so viel Erfahrung mit Problemen gesammelt habe, dass ich also auch immer wieder auf diese Erfahrungswerte, wie man einen Ausweg daraus findet, zurückgreifen kann. Michael findet gut Auswege aus Problemen. Zum Beispiel die eigenen Schulden der Ex unterjubeln. Wow. Oh mein Gott. Warum so viel Überraschung? Also warum? Oh mein Gott. Warum? Was ist denn? Warum? Für manche Sachen ist sich selbst RTL zu billig. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, für was? Für so ein billiges Schmierentheater mit einem Kamerateam vor Ort offensichtlich nicht. Laura ist genauso überrascht wie Manuel Neuer, als seine Fake-Freundin damals einen Kuss von ihm verlangt hat. Schatzi, ich habe eine ganz besondere Überraschung heute für dich. Warum? Was? Wo sind denn die? Schatz. Ganz großes Kino. Der Wendler geht auf die Knie und stellt endlich die Fragen aller Fragen. Hier ganz exklusiv. Was hat Laura danach nochmal gesagt? Ich muss brechen. Oh Mensch. Für mich war er perfekt und ich kann da nicht meckern. Also wirklich nicht. Laura weint jetzt natürlich nicht wegen ihrer Gefühle, weil mehr als eine Entscheidungsmöglichkeit ist einfach ihr Gehirn überfordert und sie muss weinen. Ist Laura abgehauen? Laura ist jedenfalls weg. Das ist spannend wie ein Krimi. Absolut. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben für noch viel mehr Wendler-Videos. Ist das hier einfach alles nur gestellt? Nur weil man ganz vielleicht in der Nacht schon den Hochzeitsring nachkaufen konnte. Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Hier gibt es Beweise für den Fake. Klickt unbedingt rein. Und hier habe ich noch die Umzugs-Suche von Laura und dem Wendler. Viel Spaß mit allem und bis dann. Ciao.